Stille bedeutet nicht, den Mund zu halten und zu schweigen. Was als Stille oder Nishabd bezeichnet wird, man kann das nicht tun, man kann das werden. Schau, ob du die gleiche Sache, die du sagen willst, mit der Hälfte der Worte sagen kannst. Plötzlich wirst du dir allem extrem bewusst werden. Der Wind macht seinen eigenen Klang. Wie auch das Wasser. Wie auch die Erde. Tatsächlich auch der Himmel. Alle Himmelsobjekte machen ihre eigenen Klänge. Es gibt Klänge des Schmerzes, Klänge des Vergnügens, Klänge des Elends, Klänge der Freude. Für alles gibt es einen Klang. Mit dem menschlichen Leben ist es sehr wahr. Klänge des Lebens und es gibt Klänge des Todes und es gibt sogar Klänge der Stille. Diese komplexe Verschmelzung von Klängen, also verschiedene Arten von Klängen erzeugt verschiedene Absicht, verschiedene Ebenen der Zwanghaftigkeit, verschiedene Ebenen der Gefangenschaft und verschiedene Möglichkeiten der Verstrickung. Bei all dem, warum sollte man sich entscheiden, still zu werden? Stille ist kein Weg, um dir selbst das Leben zu verweigern. Es geht nicht darum, dir Artikulation zu verweigern. Bei Stille geht es darum, sich von Zwanghaftigkeit zu Bewusstsein zu bewegen. Alle Klänge repräsentieren verschiedene Formen und verschiedene Dimensionen der Zwanghaftigkeit. Wenn man sich entscheidet, bewusst zu werden, sich nicht in der zwanghaften Natur der Existenz zu verstricken, dann wirst du dich auf natürliche Art und Weise entscheiden, still zu werden. Stille bedeutet nicht, deinen Mund zu verschließen oder deine Ohren zu verstopfen. Du kannst in Stille singen. Du kannst in Stille tanzen. Du kannst sogar in Stille sprechen. Du kannst sogar in Stille schreien. Versuch es nicht. Das bedeutet nicht, dass du schreist, wenn alle still sind. Das ist nicht in Stille schreien. Denn Klänge sind an der Oberfläche. Stille ist im Kern. Das bedeutet nicht, dass du schreist, wenn alle still sind. Es ist nur die Oberfläche, die den Klang macht. Sie nun trifft das Wasser die Oberfläche und das erzeugt den Klang. Tief unten gibt es keinen Klang. Das ist so mit dem Leben. An der Oberfläche ist es ein sehr komplexes Netz an Klängen. Ein Labyrinth an Klängen. Aber im Kern gibt es keinen Klang. Es gibt kein Wort für keinen Klang in der englischen Sprache. Wir nennen es Nischabt. Das bedeutet Abwesenheit von Klang. Eine totale Abwesenheit von Klang. Abwesenheit von Klang bedeutet Abwesenheit von Nachhall. Abwesenheit von Nachhall bedeutet Abwesenheit von Leben. Abwesenheit von Leben bedeutet Abwesenheit von Schöpfung. Abwesenheit von Schöpfung bedeutet auch Abwesenheit des Schöpfers. Ein Raum also, der jenseits von Schöpfung und Schöpfer liegt. Eine Dimension, die jenseits von Leben und Tod liegt. Das ist es, was als Stille oder Nischabt bezeichnet wird. Man kann das nicht tun. Man kann das werden. Im Allgemeinen gibt es zwei Wörter, die verwendet werden, um dies zu beschreiben. Eines ist Maun. Das bedeutet, dass du Stille übst. Du bist nicht still. Wenn du deinen Mund hältst und in Maun verbleibst, ist das kein Nischabt. Maun bedeutet, dass du Stille übst. Wenn du etwas übst, bist du dies natürlich nicht. Bist du Leben oder übst du Leben? Ich frage euch, seid ihr Leben oder übt ihr Leben? Ihr übt Leben? Nein, ihr seid Leben. Vielleicht nicht besonders gut geübt, aber ihr seid Leben. In ähnlicher Weise gibt es einen Unterschied zwischen dem Üben von Stille und dem Werden von Stille. Das Üben von Stille beginnt als eine gewisse Einschränkung. Aber langsam, wenn man Stille übt, kann man möglicherweise still werden. Man kann still werden bei intensiver Aktivität, aber niemand kann intensive Aktivität für immer aufrechterhalten. Momente intensiver Aktivität sind nur Momente, niemand kann sie aufrechterhalten. Du wirst dich verausgaben. Nur wenn du es in Inaktivität erreichen kannst, ist es nachhaltig. Wenn etwas nur in intensiver Aktivität möglich ist, ist es niemals nachhaltig. In einem sehr intensiven und ekstatischen Moment des Singens kann jemand einen Moment der Stille werden oder schmecken. Aber wie lange kann man das durchhalten? Deine Kehle wird reißen und deine Nachbarn können dich umbringen. Möglicherweise. Diese Möglichkeit also, zur Stille zu kommen oder still zu werden, bedeutet auch, ruhig zu werden. Völlig ruhig zu werden. Ruhe kann auf so viele Arten erreicht werden. Wenn du eine Schlange beobachtest, sie ist ruhig. Wenn du einen Tiger beobachtest, der auf der Jagd ist, absolut ruhig. Geladen, aber ruhig. Dies sind alles verschiedene Dimensionen der Ruhe, ausgeübt, um zu überleben. Wenn eine Schlange sich zu oft bewegt, wird sie getötet. Wenn ein Tiger nicht weiß, wie er ruhig sein kann, dann wird er niemals an seine Nahrung kommen. Dies sind alle Akte des Überlebens. Ein Mensch muss aktiv sein, um zu überleben. Erst wenn sein Blick auf etwas fällt, das jenseits des Überlebens liegt, dann wird er an Stille denken. Dann wird er verstehen. Wenn er sich selbst beobachtet, wenn er die Komplexität seiner eigenen Zwänge wahrnimmt, dann versteht er, dass der einzige Weg, sie zu lösen, darin besteht, still zu werden. Diesen Körper zu trainieren, diesen Verstand zu trainieren, still zu werden, erfordert einige Anstrengungen. Wenn man einfach nur glückselig ist, wird man still sein. Aber ansonsten muss man Stück für Stück arbeiten. Man muss arbeiten, um diesen Körper zur absoluten Stille zu bringen. Die meisten Menschen können ihren Körper nicht für längere Zeit an einer Stelle halten. Sie sind ständig in Bewegung, wie es heißt. Ein Mensch ist nur deshalb krank, weil er nicht weiß, wie man still ist. Denn in Stille bist du in Kontakt mit einer Dimension, die weit über die Schöpfung hinausgeht. Wenn du erst einmal damit in Berührung gekommen bist, gibt es so etwas wie Krankheit nicht. Wenn ich hier sitze und der Körper verrottet und abfällt, gibt es trotzdem keine Krankheit. Es ist nur da. Weil tatsächlich kann es sein, dass jemand, wenn er ganz still wird, nicht in der Lage ist, den Körper zu halten, es sei denn, er lernt die Tricks, den Mechanismus des Körpers. Also warum sollte ich still werden? Werde ich meinen Körper verlieren? Du wirst sowieso deinen Körper verlieren. Wenn die Zeit kommt, deinen Körper zu verlieren, wenn du ihn würdevoll verlieren möchtest, dann musst du wenigstens ein bisschen über Stille wissen. Wenn du deinen Körper so ablegen willst, wie du dieses Stück Kleidung ablegen kannst, mit der gleichen Leichtigkeit, mit der gleichen Würde, dann musst du eine gewisse Stille in dir haben. Sonst müssen du und dein Körper auseinandergerissen werden, was eine hässliche Sache ist. Wenn du von deinem Körper weggerissen wirst, ist das eine hässliche und schmerzhafte Sache. Solange du deinen Körper nicht ablegen kannst, gibt es keine Gnade im Leben. Wenn man also diese Gnade erreichen will, muss zumindest ein gewisses Maß an Stille in dein Leben treten. Damit das passiert, muss ein gewisses Maß an Ruhe in dein Leben treten. Wenn es gerade jetzt nicht kommt, dann über wenigstens ein bisschen Maun. In einer Stunde, wenn du jetzt 1573 Wörter sprichst, wie viele Maun? Wie viele Wörter spuckst du in einer Minute aus? 1573, du sprichst tatsächlich so viele? Ich dachte, das sei unmöglich. Okay, ich glaube dir. Also, welche Anzahl auch immer du sprichst, schau, ob du nicht die gleichen Dinge mit der Hälfte der Worte artikulieren kannst. Auf einmal wirst du dir allem extrem bewusst werden. Im Moment passiert ein oraler Durchfall. Wenn du 1573 sprichst, ist es Durchfall. Okay. Wenn du jetzt die Hälfte der Wörter zurückhalten musst und trotzdem das Gleiche sagen willst, dann musst du jetzt sehr bewusst sein, sonst kannst du es nicht sagen. Versuch das einfach und schau. Morgen für einen Tag. In einer Stunde, die Anzahl der Worte, die du normalerweise äußerst, halbiere sie. Schränke dich nicht in deinen Aktivitäten ein. Sag immer noch die gleichen Dinge, aber mit der Hälfte der Worte. Wie wundervoll die ganze Welt sich fühlen wird, weißt du? Die Welt wird ein wundervoller Ort sein. Ich sage es dir, morgen, wenn jeder das tut. Viele Ehen werden gerettet werden. Ich sage es dir,